So, machen wir weiter. Bist du schon drin? Ja. So, tiefschwarze Grotte, also wir mussten jetzt wie, oh ja, dreimal, dreimal, viermal? Viermal eigentlich, wir mussten eigentlich viermal. Viermal eigentlich, ähm, durch, wie ist denn die Sachen drin, in die Todesmin? Ja. Genau. Bis, äh, man dann hier mal auf Level 15 war, also viermal durch Todesmin und jetzt hier tiefschwarze Grotte. So, ich mach das mal eben alles schnell. Kula. Zerrigen, bumm. Ging auch ziemlich schnell, also ich musste nur fünf Stunden warten und dann konnte ich schon weiter. Das, das, ich könnte was damit zu tun haben, dass ich schneidereinnehmen bei Skelle und das ist dann nochmal so, dass man ein bisschen länger beim Lehrer hängt. Klar, klar, es gibt ja für alles alle, bitte auch ausrufen. Antworten, ich meine nicht. Ja, und es gibt immer natürlich irgendjemand, der meckern muss. Eigentlich? Eigentlich und uneigentlich hat er ja auch recht. Gut, und ansonsten ist das sehr düster hier in dieser Instanz. Tja. Das ist ja auch, äh, schwarze T-Shirt. Sehr tiefschwarze Grotte. Hm, sehr tiefschwarze Grotte. Aber guck mal, hier gibt's ein Seil. Mhm. Ja, wenn man da runterfällt. Nee, Quatsch, wenn man, äh, wenn man stirbt, dann muss man, ähm, wenn man da wieder in die Instanz rennt, muss man da nicht wieder bei diesen ganzen, über diese ganzen Plateaus. Ehrlich gesagt, ich hätte brutal gelacht, wenn du jetzt runtergefallen wärst. Das ist mir letztens passiert, tatsächlich. Ähm, fand ich auch nicht so lustig, also, war nicht so schön. Ähm, mach die fetten hier mal mit. Hier ist die Domina? Oh, Leda. Sie heißt tatsächlich Domina. Oh Mann, jetzt lass mir das doch mal bitte. Das ist auch noch gelöse. Du sollst mir das lassen. Hör auf. Oh, Entschuldigung. Hör auf. Mann. Oh. Willst du die unteren hier, ach ja doch, irgendwo in so einer Höhle hier, ist auch noch eine. Willst du den Boss da vielleicht da hinten noch machen, oder so einen von Gamora, was weiß ich denn. Das ist irgendwie, hier, den Sohn. Ja, hier ist ja noch, hier ist ja noch irgendwo eine unten im Wasser. Ja, der hier, hier, hallo, der, von dem ich gerade Akku hab. Ach, das war ein Boss. Ja, weiß ich nicht. Weil ich kirchne mal. Nee, war's nicht, also das war der Sohn von dem Boss. Irgendwie. Sein Sohn, ihm sein Sohn. Ihm sein Sohn, ja. Oh Mann, jetzt lass mich bitte mal ledern. Ernsthaft, ich muss das machen, damit ich schneide Reis killen kann. Ja, ich bin auch zufällig kirchner. Ja, und? Du bist aber schon Level Milliarden. Level Milliarden. Ja, und... Ja, da mach mal so eine Muschel auf. Warum? Wieso muss ich das eigentlich mal machen? Mach du das doch mal. Ich hab da sowieso gleich wieder in der Tafel. Toll, da war ein Schuh drin. Ich mein, wie kann das sein? Wie kann ein Weichlederstiefel in einer Muschel drin sein? Ja, das... Auch selbst du weißt darauf keine Antwort. Nö, du. Weißt du, du. Wieso, wie sie du. Auf und vier? Scheiße, ich denk immer noch, dass Zaun des Wildtiers diese verkackten Effekte aufhebt. Was ist das denn? Was ist was denn? Äh, versteht ihr erhalten? 15 Silber irgendwas abgeschlossen? Das klang soll, wer hätte irgendwas abgeschlossen? Altar of Law. Ja, da könnte man so bach. Alle Werte um 10% erhöht. Ne, Brombo auch hier. Ja, für deine Fokus. Regeneration ist es eventuell praktisch. Ich sage, einer muss immer klugscheißen, ne? Ja, wenn du da nicht bist, dann muss ich da halt sein. Und da du das meistens tust, darf ich auch mal. Ja, Leute, wie ist bei euch das Wetter so? Wollt mich mal tierisch interessieren. Schreibt's in die Kommentare. Wo geht's denn hier weiter? Ähm... Er sagt, nee, 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 ich guck selber mal. Ich weiß noch, wo's weitergeht. Das war eine rhetorische Frage. Ich musste dich alles beantworten, wenn ich die rhetorische Frage stelle oder so vor mich hin, Dunke. Ja. Ich schieße das gleiche mehr, laufe einfach durch und lasse dich hier, ne? Ja. Jetzt wollte ich was Schlimmes sagen, so ein Ausdruck, aber den lasse ich jetzt. Ja. So, Alter. Positive Gedanken. Wollt man hier um die Ecke? Kommt man hier um die Ohren? Kommst du hinterher? Ja, aber du hast ja wahrscheinlich deinen Aspekt an oder so. Weil die dich ja eh nicht treffen. Und deswegen ist das manchmal ein bisschen mühselig, dir hinterher zu lassen. Du machst das schon. Ja, ich mach das schon. Du bist ja schon groß, ne? Ja. Naja, nicht so ganz so groß wie du, aber ja. Was ist das denn hier? Klapp. Die sind auch so kataklysmneu. Meine ich, die haben doch da die ganzen Instanzen dann einmal erneuert irgendwie. Ja. Das bringt's auch tierisch. Ja, schon. Noch ein bisschen irgendwie neuere Sachen. So, und die da. Dass es ihm alles gleich aussieht. Also hier, ja, also. Okay, ich meine ja, ob da jetzt ein Tentagel aus der Wand guckt oder nicht. Aber trotzdem, also so im Grunde ist es so. Müssen wir hier auch noch runter? Ja, da ist ein Boss. Ich hätte jetzt sagen können, guck auf die Mapper, aber das habe ich ja nicht gesagt. Boah, reiß die Blut zusammen nicht. Ich reiß mich zusammen. Ich flipp aus. Du kennst mich. Hier, magst du einmal noch? Ja. Können wir jetzt wieder weg, Leute? Ja, ich meine, ich war schon eine längere Zeit nicht hier, aber nicht. Fünf Jahre oder so? Fünf Jahre oder so? Ich sagte nicht gerade fünf Jahre. Okay. Weiß ich hier auch nicht. Ach, das ist wahrscheinlich... Okay, proben wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Mörlock-Pampe. Werft Mörlock-Pampe auf die Schattenhammer-Kultisten, um sie in einen unwiderstehlichen Schmaus für Akkumai zu verwandeln. Na. Uh. Das wären dann so Tentakel. Oh. Können wir das auch auf dich werfen? Halt das dir auf! Ich dachte, du war nicht zurück! Ich bin ja wieder... GZ. Der Abschnitt kommt mir irgendwie unbekannt vor, hier. Mh, mh, mh. Kommt mir irgendwie komisch, wo ist das auch sonst nie so aus, hier. Okay. Ne, echt? Ja, das ist, glaube ich, weil diese ganzen Schattenhammer-Oschis hier geredet sind. Ja, früher waren doch hier, ähm, diese Satyren. Ja. Ja, 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 ich erinnere mich. Ja. Aber ich bin nur... Aber ich wundere mich, weil ich war hier das letzte Mal vor ein paar Monaten drin, oder so. Na, naja, nö. Also das kann eigentlich nicht sein. Weil die sind schon länger hier. Das ist so. Ja, das macht sein. Wer hat... Bitte? Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör auf dein Leben. Das ist komisch. Einbildung ist ja schließlich auch eine Bildung. Ganz gleich, ne? Äh, es gibt ja noch andere Instanzen, die ähnlich aussehen wie diese hier. Nein, das ist dieselbe. Mein Gott, ich bin doch nicht bekloppt. Er sagt nix. Ich will nix hören. Okay. Das ist irgendwie pretty much anders als sonst. Pretty much anders? Aber die ist wirklich schon länger so. Also ich sag das jetzt echt nicht, um dich zu ärgern, oder so. Irgendwie machst du es trotzdem. Ja, das kommt, weil ich recht hab. Das stört dich. So. Wenn wir dann hier fertig sind, dann gibt es mal Ohrschellen. Akkumaiz-Unterschlupf. Ey, wo sind zum Beispiel die anderen hier? Die sind diese ganz Schildkröten und so. Schildkröten und so? Hier sind keine Schildkröten mehr. Hier sind nur noch Tentakel und eklige Viecher mit Tentakel. Kacke gerecht. Also jetzt ist sie endlich ein geschissener. Aber du neigst ja auch echt tatsächlich über diese Veränderungen, die seit Cataclysm stattgefunden haben, zu beschweren. Das war nicht ein Cataclysm. Ja doch, klar. Mit dem Tentakel da? Mit Cataclysm kam doch auch dieser ganze Schattenmond. Äh, äh, Schattenmond. Hier, Schatten, doch. Schatten, doch? Schatten irgendwas. Schatten alles Mögliche. Ich kann das. Oh man, okay. Wird bereits benutzt. Den kann ich nicht verwenden. So, okay. Da wird 17. Fertig. Fertig. So, sind wir wieder in der nächsten Endi. Ich warte aber erst mal ein bisschen, äh, gemassregelt haben. Na ja, bis gleich. Fertig. Fertig. Fertig.